Jetzt werden wir mal einen Versuch starten, wie Hypnose funktioniert. Von der Ferne her habe ich schon jemanden gesehen. Schauen wir, ob das die richtige Dame ist. Und da wollen wir dies mal ausprobieren, ob es funktioniert. Versprechen kann ich nichts, aber ich meine, mein Bestes geht. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.